Servus Freunde des Stromschädersild eingeschaltet habt, es gefreut mich riesig, dass es da hat. Heute zeige ich euch einmal, wie wir uns am Zählerschrank verkabeln und anschließen. Wir haben den jetzt schon mal an die Wand geklebt. Tesa Powertrips ist da ganz über den Marken, da hält das Ding definitiv. Wie ihr es schon seht, haben wir mich quasi schon zu überprüfen durch. Und ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle viel Spaß beim Anschlussvideo von dem Schrank. Bleibt es gut dabei, jetzt bitte abonnieren und ein Like war super, da hat mich riesig gefreut und in den nächsten Videos wird es auch wieder ganz spannend. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.